Ein fingierter Selbstmord also. Ich unterbreche zwar nur sehr ungern die Dialoge, aber... Ach, das kann man sich jetzt aussuchen. Das sieht aber ein bisschen komisch aus. Da finde ich das Original dann doch schöner. Ach, was es auch ist, wir schaffen es schon. Ey, schlimmer als gestern geht es ja nicht, oder? Ach, ach, ach. Ja, das war nicht so ganz überzeugend. Okay, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Was war das? Ähm, Pfeile habe ich, glaube ich, auch keine mehr. Konnte ich nicht? Stand ja nicht irgendwo, dass ich mit... Habe ich jetzt ein Pfeil hergestellt? Ich habe zwar brennende Pfeile. Hm. Jetzt habe ich... Also mit unten rechts kann ich Pfeile herstellen. Ah, okay. Dafür brauche ich dann die Federn und das Holz. Das ist doch gut zu wissen. Ich weiß nicht, wie viel ich da überhaupt in einem Köcher tragen kann. Aber ich ballere mir das mal einfach zu. So, sollte jetzt erstmal reichen. 24 Pfeile ist jetzt nicht gerade wenig. Was ist das hier? Ich weiß, dass er eigentlich ganz woanders hin wollte. Ah, aber man findet ja doch schon mal was. Das wollte ich gerade sagen. Da oben ist auch was. Ja, genau. Was ist das? Benutzen sie Fett, um Waffen-Upgrades herzustellen. Okay. Oh. Ups. Da wollte ich zwei jetzt hin, aber so geht es auch. Okay, hier haben wir anscheinend nichts mehr was wird. Doch, da sieht es noch was. Wo kommen wir denn da hin? Hey! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh. Das geht aber nicht hier. Hm. 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 Gut, dann packen wir es mal an, ne? Willst du mir mal? Bitte diesmal ohne Jaguar. Ich mag die nicht. Ah, da hinten links blinkt was. Also würde ich hier erstmal hinschauen, oder? Wo möchte er denn rum? Er folgt mir. Okay, dann werde ich vielleicht doch erstmal dahin gucken. Erledigen sie Tiere. Das ist aber nicht das, was jetzt hier... Nee. Eine Videokamera mitgefunden. Okay. Ich wollte eigentlich was anderes. Was ist das denn da hinten? Ach, das sind... Ach, davon kriege ich dann Federn. Okay. Jetzt bin ich hier wieder bei der Absturzstelle. Da wollte ich aber eigentlich nicht hin. Ich wollte hier oben weitergehen. Bin ich jetzt links oder rechts rum gesprungen? Äh, eine gute Frage. Ich kann es mit beiden. Weil ich meine... Ich bin... Ja, genau. Ich bin eben hier rumgekommen. Bist du noch da? Können wir den Weg weiter entlang gehen? Boah, der mich jetzt erschreckt. Da kam auf einmal das Zeug hoch. Ach so, das bedeutet nur, dass er das war. Okay. Ich glaube, okay wird jetzt heute mein neues Lieblingswort irgendwie. Falls es übrigens im Hintergrund hämmert, bei dieser und auch bei den letzten Folgen. Unsere Nachbarn haben leider immer noch nicht aufgehört, ja, bei jeder Gelegenheit rumzuhämmern. Die sind da wohl irgendwas am Renovieren. Das Problem ist nur, davon kann man sich jetzt natürlich auch nicht abhalten lassen aufzunehmen. Ja, muss ich so rüber springen. Was ist das für eine Hütte? Archivarkarte enthüllt Positionen von Relikten, Wandgemälden, Monolithen und Dokumenten. Okay. Das heißt... Ach, ich habe auch Goldstücke eingesammelt, sehe ich gerade. Keine aktiven Nebenmissionen. Pfad der Sterne. Okay. Und wie kann man die Karte jetzt anzeigen lassen? Weil die sprang jetzt gerade von selber so auf. Zentrieren, Legende. Lara Croft. Achso, das bin ich, das ist gar nicht, dass das die Karte ist. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir die jetzt nochmal aufrufen können, aber das ist cool, dass wir die bekommen haben. Scheint jemand drin gewohnt zu haben. Oh, das sind das Fliegen. Der sich mit der Gegend gut auskannte. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was machen wir dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück. Verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfreute Brücke gefahren. Und ist schlecht. Oh, anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Hier abstellen. Da darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir's auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall rosten. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Oder suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt. Und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie hier immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Er ist ein Held. Dann wär ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halt ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Ha! 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 Ah, den kann ich nicht durchsuchen. Mist. Warte. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war's das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssten das Ganze irgendwie abstützen. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Ich steh nicht für dich gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Was in Gottes? Versteck dich. Dave? Sammy? Diese Typen. Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave! Dave! Wir erleiden Verluste! Wieso kann ich da jetzt nicht zielen? Da drüben! Ist er jetzt da hochgelaufen? Vermutlich. Nein! Das ist voll. Ja, ich hab jetzt auch immer noch keine Waffen. Also noch keine vernünftigen Waffen. Außer das Messer natürlich. Ah! Oh, ich glaub, meine Gebete haben mich aber alles. Oh nein, das kannst du dir abschminken! Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja. Nimm das. Hoffentlich waren das die Letzten. Das war knapp. Ja. Wie kommen die hierher? Keine Ahnung. Nicht gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Mein Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaub, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Hm? Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren. Ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche. Stürme. Und andere Dinge. Was ist passiert? So. Was ist das? Na, da steht ein Weg. Können angezündet werden. Ja. Aber nicht damit. Halten sie. Kann ich aber nicht. Ich muss doch irgendwie mein Inventar wechseln können. Ah. Ah. Okay. Mit Steuerung nach rechts geht das. Okay. Oh, das waren keine Brandpfeile. Ich dachte, ich hab die Brandpfeile drin. Nein. Ich möchte das auswählen. Kann ich das nicht auswählen? Das war's. Ich kann einen machen. Toll. Das bringt mir jetzt aber auch nicht viel. Nein. Oh. Ah. Die andere Taste drücken. Okay. Komm schon. Gehen wir. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir's sehen, wissen wir's. Ja. Ist der jetzt hingelaufen? Oh. Okay. Das ist schon voll. Das kann ich leider nicht mehr mitnehmen. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Das kann ich mir auswählen. Ich nehme an. Ich nehme an. Untertitelung des ZDF, 2020